Er mich da jetzt hat, so Komm her du Dümmling Komm her So, der ist tot, ja gut, ich habe ein Eisenschwert bekommen Hallöchen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Ender Games Spam Ich werde hier sehr oft geportet Ich habe wieder den Jäger, glaube ich Also ich bin mir jetzt nicht so sicher eigentlich gesagt Boah, ich habe schon wieder nichts bekommen Ahhhh Tup, 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 aber jetzt müssen wir Hä? Okay, ich lagge Sehe ich gerade Das ist nicht so fein Ähm Ja, das wird wahrscheinlich mein Internet sein Von mir ist generell scheiße Kann man nichts machen Aber Ich werde natürlich mein Bestes geben Auch mit Legs Sagen wir es mal so Habe ich da nicht irgendwo gerade eine Kiste gehört Irgendwo war da sicher eine Kiste Also ein Enchantment Dings Da hinten ist eine Kiste Lauf, 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 lauf Lauf, 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 lauf Oh Gott, 15 Sekunden Das ist ja eine Tragödie Ohhhh Mann ey Ich habe keine Zeit Für den Blödsinn Ein Pfeil Oh Gott, ich brauche Ich brauche eine Workbench Oh shit Das ist ja richtig kacke Das ist ja richtig kacke Ohhhh Nein Ich habe so viele Erfahrungsfläschchen Erfahrungsfläschchen? Da So Ich habe vier Level bitte 69 Blöcke 71 Okay Ich brauche eine verdammte Workbench Workbench Da sind alle so gute Sachen drin Wahnsinn Läuft aber trotzdem Workbench 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 Verdammte Workbench Oh oh Okay 94 Blöcke Jetzt ist Zeit meine Workbench zu machen Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist gut Das läuft gut Oder? Okay Okay Ähm So Okay 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 Jetzt aber schnell hier So Okay Sieben Eine Eisenhose Ein Goldpanzer Ein Goldhelm So Mal alles hier anlegen Das mache ich so Bogen Okay Und Weil es so schön ist Mache ich hier noch eine Leder Oh Gott Wie lange habe ich Zeit? Oh Gott 30 Blöcke Der Versucht mich zu kriegen Eh klar Wieso auch nicht Nur ich laufe ihm weg Einfach weil ich jetzt Essen brauche Ach ja Diese What the fuck Okay Fische Nein Fleisch meine ich Fleisch Und Fleisch Stirbst gleich So 34 Blöcke 30 Okay der Folgt mich mal wieder 16 Blöcke Oh mein Gott Wo ist denn der? Ich versuche mal Es so zu machen Einfach Weil Er mich da jetzt hat So Komm her du Dümmling Komm her So der ist tot Sehr gut ich habe ein Eisenschwert bekommen Ähm Rüstung habe ich leider keine Okay Aber ich brauche jetzt dringendst Ähm Neues Essen So So 145 Okay der läuft mal weg Ähm Ich habe Nichts Hier was ich gebrauchen könnte Eisenschwert Och Enchantment Table Ich brauche eine Enchantment Table Wo ist denn der? Ah die Vorher war auch irgendwo einer So Nein Endertruhe Da Eiseningots Kann ich mir Theoretisch Ähm Ähm Goldschuhe machen Aber ich brauche jetzt Oh Gott ich mache mir da hier Schaden Das ist nicht gut Weil jetzt werde ich gleich geportet 120 Black Okay Ich bleibe hier mal kurz und Oh Gott ich habe auch einen Bogen Okay Entschuldigung Hundi Ähm Aber 5 Level hallo Immerhin So Ich brauche auf jeden Fall Gescheit bessere Rüstung Ich brauche eine Workbench So Ah ich habe eh eine So 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 Nicht geportet werden jetzt bitte Oh Gott So So Okay Läuft So Okay 87 88 Blöcke So Was gibt es denn noch zu tun? Eisen 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 habe ich Okay So ein Eisenschwert Ja genau Enchantment Table Ich brauche jetzt eine Enchantment Table Und was ist Wo gibt es denn die? So Fleisch 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 ist nämlich immer gut Sechs Level schon Das wäre echt Bombe wenn ich ähm Jetzt eine Enchantment Table hätte Das wäre echt Oh Gott da ist einer Neiße Scheiße 131 Blöcke Oh nein Ach so ein Mist Das ist eine Truhe Ist da irgendwo Eisen Oh Oh Gott das sind Pfeile Ich habe gerade Pfeil gehört Wieso habe ich da gerade ein Pfeil gehört? Hallo? 87 Blöcke Okay Ich brauche eine Enchantment Table Oh mein Gott Oh mein Gott Wo ist denn ein Enchantment Wahnsinn Okay das ist eine Truhe Oh Oh Gott Ja Das ist gut Oh nein Die Diamanten So wie schaut es aus? Okay Ja verdammt Wo bin ich denn? Oh So Okay Ich brauche auf jeden Fall Hallo? Da ist eine Okay Spinnennetz ist gut So ich brauche jetzt auf jeden Fall ähm Da so Da so Holz jetzt So schnell Komm an's So Eine Workbench Um mir da ein Oh Gott Da ist die Workbench So Auf jeden Fall ein Diamantschwert So Und wenn ich das jetzt enchante Das wäre echt nice Jetzt brauche ich nur mehr was zum enchanten Oh mein Gott Oh mein Gott Wo ist denn der? Wo ist denn der? Oh da ist einer Da ist einer Bleib da Bitte bleib da Oh mein Gott bleib da So Level 5 passt schon Ben Oh Gott so ein Scheiß Das brauche ich nicht Oh Gott Wo bin ich? Wo bin ich? 61 Blöcke okay Ähm Vielleicht bekomme ich noch irgendwo her Diamanten Das wäre ja recht fein Okay der verfolgt mich Beinhart So Da ist er So So Du stirb Oh ich treffe ja gar nichts Okay das ist ja echt Ja der Das ist ja ein lustiger Wo ist er denn? Hä? 64? Wie schnell läuft der bitte? Läuft bei ihm? Okay Ähm Okay Ist nicht so fein Ich sehe ja gar nichts hier Ähm Ja lauf mir halt weg Was bringt es dir man ganz ehrlich? Was bringt dir Nüsse? Tja Okay ich würde auf jeden Fall nicht sehr gerne Oh scheiße Wie viele? 70 Blöcke okay Hm Was hat er denn gemacht? Hat er irgendwas la... Oh okay Ähm Oha Acht warte Okay perfekt Ich mache mir hier So ein Teil Das ist gut Das ist nice Was bringt mir diese Milch eigentlich? Nichts oder? Was? Zwei verbleibende Spieler? Ich bin im Finale? Hey cool! Obwohl ich habe erst einen getötet So wie schaut das jetzt aus? Wie weit ist denn der entfernt? Der kommt mir natürlich daher Okay das ist gut So Das einzige Problem ist halt Ich habe hier halt irgendwie Rein Gar keine Okay da ist er schon What the fuck? What the fuck? Okay Bin voll im Arsch So stirb du Tübeling du gründige Sau du Oh Oh man GG Oh man Wie viel Leben hatte der? Hä? Okay Das war Eine gute Runde muss ich sagen Ähm Ja Da steigt der Puls gleich immer wenn man da Naja Ich bin zwar weggerannt aber irgendwie Ja Wie soll ich sagen? Ähm Ich fand die Runde ziemlich cool Also ist mein Das ist mein drittes oder viertes Spiel muss ich sagen Und ja Das war es jetzt eigentlich schon mal mit der zweiten einer Games Folge Ich fand es recht cool Wenn ich mehr machen soll schreibt es mir in die Kommentare Und wenn es euch gefallen hat lasst es mir weiter Wo mich ja ich weiß ich bin ein Schisser und so Aber ich finde das recht lustig und würde das gerne viel öfters machen Ja Okay also bis zum nächsten Mal Bleibt gesund und munter Ciao